Hallo Freunde und ein herzliches Willkommen zu dieser Auflösung des Auslösungsspiels. Ähm, ja, und zwar, ich hatte ja gesagt vor ca. einer Woche, dass ihr euch NT, 1, 2, 3, wir sehen ja, meine Fantasy NT sichern könnt, ähm, ja, nun heute ist es soweit und es haben sich leider nicht allzu viele, äh, angemeldet, wie ich es erhofft hatte, ähm, gut, okay, es ist, dieses Spiel scheint auch kaum jemanden zu interessieren, das ist ja jedem seiner Ansicht nach, ich würde sagen, wir legen jetzt los, ja, ich habe die Namen bereits eingetragen, die, äh, bei der Verlosung teilgenommen haben, und, ja, würde ich sagen, drücken wir auf den Zufallsgenerator und sehen, wer die Zidia gewinnen wird. Okay, na, das ist doch ein Zufall, Lenny hat gewonnen, Lenny, herzlichen Glückwunsch, du bekommst die Zidia NT Final Fantasy, ich tue das immer wieder falsch ausdrücken, ich weiß, ähm, ja, so, das bekommst du, das ist dein Gewinn, ähm, ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen, äh, privat nochmal schreiben, ich weiß nicht, ob du Facebook hast oder, äh, ähnliches, sag mir auf jeden Fall mal Bescheid, ähm, ich, äh, versuche dich zu kontaktieren, ähm, ansonsten, wie gesagt, auf, äh, äh, du kannst auf meinen Discord Channel kommen, da kannst du mit mir kommunizieren, oder, äh, bei Facebook habe ich auch eine eigene Seite, auch da kannst du mit mir kommunizieren, alles möglich, und dann werden wir, äh, äh, dann brauche ich auf jeden Fall deine Adresse, wo ich das hinschicken soll, ja, ähm, ja, gut, das war's dann für heute, äh, oder für jetzt jedenfalls, ich danke auf jeden, ich danke euch auf jeden Fall, äh, dass ihr, ja, zugeschaut habt, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch nochmal, Lenny, ich hoffe, du wirst Spaß damit haben, Bis dann, ciao.